Sooo, dann war das das und das. So, und wie machte man jetzt, ah, hier braucht man das Aalöl. Hier hüpft, hier hüpft. Hier hüpft man, hier hüpft. Hier hüpft man, hier hüpft. Hier hüpft man. Ah, das ist cool. Jetzt macht das Rollen auch Sinn. Jetzt macht das Rollen viel mehr Sinn. Was haben wir denn hier unten? Hier irgendwas Interessantes. Ah, hier waren wir schon, oder? Ja. Dann mal weiter. Nein, wir müssen da längs. Nein. Hier drüben irgendwas. Dann müssen wir das... Ich glaube, hier müssen wir gleich noch hin. Okay. Erstmal gucken, ob wir jetzt ein Speicherkristall finden. Dann werden wir das Wasser jetzt weiter... Nein, wir haben das Wasser sinken lassen. Okay. Hey. Ich verstehe, aber wir hätten da links hochgemust. Ich glaube, hier mussten wir echt als nächstes hin. Weil die Gegner hier sind ja, die können ja immer gar nichts. Außer der eine, der ganz schön böse reinhaut. Aber... Natürlich kommen wir da noch nicht raus. Und was war denn da lang? Äh... Okay, wir müssen weiter nach unten wieder. Wir lassen das Wasser jetzt mal so hoch. Da kommen wir garantiert besser an manche Sachen dran, ne? Ein Speicherkristall. Wuuunderbar. Dann speichern wir jetzt mal hier. Und schwimmen dann mal hier. Und schwimmen dann mal hier. Schwimmen wir hier unten lang. Wo es dunkel ist. Wo wir also nicht weiterkommen. Ich wette, das hat was mit dem... Blauen Kristall auf sich. Das ist das... Wasserablass-Ding. Nein. Schmerz. Ich. Brille. In. 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 sich das jetzt schneller können wir uns in der Form eventuell schneller drehen was hat es da mit Aufsicht? irgendwas mit drehen, wöbeln, was, whatever interessant Gefühl Okaay Moment, wie war das Ding ausgerichtet? Das ist ein Bezel aber, ganz schön knivfliges Bezel Ich schwimm jetzt da nochmal unten hin, wo es so dunkel war. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Nein, auch nicht. Uah! Ich hab hier so... Irgendwisser Krebs. Ich hab hier so... Ich hab hier so... Um... Ich geh schon dann hoch. Ich hab hier so... 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 Ähm... Speichern. Und um das Rätsel kümmern wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich hab hier so... Ich hab hier so... Okay... Das ist wiederum gut zu wissen. Aber was hat... Die... Kristall auf sich... Ich hab hier so... Ich hab hier so... Ich hab hier so... Ich hab hier so... Nur was ist die Frage... Ich hab hier so... Ob wir hier so richtig sind... Ich weiß es nicht... Aber... Ich werde jetzt speichern... Ich hab hier so... Kann ich das Ding auch noch schneller drehen lassen... Ich hab hier so... Ich hab hier so... Ich hab hier so... favorisieren, abonnieren wie ihr wollt wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder Ciao Ciao